Weil er mit 35 So ein Einzelschussgranatwerfer ist ja mega Oh 110 Schaden Der hat aber Gott sei Dank nicht mit Granaten geschossen, der Typ 110, du meinst auf 121 110 Schaden Oh, okay Oh, ein Unterschied, den ich kriege, ist Danach, oh, 4 Schuss hab ich dafür Feuerrate 3 204, 29, 7, 2 Der hat sogar noch Fusionskern gehabt Echt? Ja, gut, klar, klar, klar So, 2 Was ist hier unten? Ne, einen bei mir, na gut Ich hab jetzt komischerweise 3, ich hatte mir nur einen drinnen lassen Ja, und ich kann halt nicht mehr laufen Ich glaub, da drinnen war eventuell eine Werkbank Ich hab ja mal, ich hab ja gehen Schrott Das ist ja mein Problem, das ist jetzt nur durch die Kackwaffen hier Hier, hier, komm her Du kannst vielleicht irgendetwas trotzdem Zerwiggeln Garne Anfänger, der kann zerkrippen Gar nix, ne? Boah Musst du irgendwas wegschmeißen Musste ich vorne aufmachen Ich hab ja nichts Wertloses dabei, sagen wir es mal so Beste, wo gibt's hier? Beste, wo gibt's hier? Beste, wo gibt's? Guck mal, Beste, wo gibt's? Unverrosteter Metallheimer Der ist unverrostet Wir sind ja eh gleich da 100 Meter noch Muss ich da dann vielleicht nochmal ein Camp aufbauen Das ist ja auch schwachste Meine Kiste ist voll Ich wollt grad sagen Müsste eigentlich zu nem Händler Müssen wir runter oder hier? Oh, ach da, wa? Da gerade, wa? Äh, achso, da bist du Richtig? Ja, da drinnen Müssen wir eigentlich nochmal machen Stehlen, super Ja, wir müssen alle killen, ne? Weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr laufen Ich muss warten Hä, wieso? Oh Gott Die haben ernsthaft geschützt, hör mal Alter, Junge Ich treff die einfach Upsi Oh, hier so Level 16 mit Kroner Er macht den mal zuerst Ja Ich treffe natürlich nicht Den nächsten Schuss treffe ich auch nicht Das weiß ich jetzt schon Doch Ui, sogar richtiger, krasser Headshot Ich hast ihn weggeluckt Oh, ich muss nachladen Hä? Du musst doch gar nicht nachladen Warum hat er nicht geschossen? So Oh, ich bin überladen Na super Super Und von dem muss ich jetzt auch noch was mitnehmen Kronenkorb macht das Das ist dein Ernst? Haben wir Haben wir? Ne Stehle was Scheiße Ich hab's nicht Ich hab Was denn jetzt? Raketenwerfer ist hier drinne Den musst du mal klauen Hä, warum hast du das? Ich hab das nicht Ja, hast du vorhin schon gesagt, dass du es nicht hast Ja, aber ich brauche es doch dann auch Geht nicht weiter bei dir, ne? Aber ich hör euch jetzt schon wieder die Alte labern Stelle etwas mit Tanten Töte einen Willen, Gruel Stehle Ne, stehle immer noch Warte mal kurz Der hat vor 10 Fragen bei mir Ach ja Wenn's gar nicht geht, muss ich kurz auf den Desktop gehen und wieder zurück Vielleicht bringt das was Ja Ach man, ey Geh ich mal hier so lang raus, weil sonst spawnen eventuell die Gegner gleich wieder Oh Kriegst du Rat Töte einen Wilden, Gruel Das hab ich auf dem Weg die ganze Zeit Was war das? Irgendwas hinter dir Hier hat grad irgendwas gefunkt War eine richtige Explosion Guck mal da Vernünftige Häuser Ja Da gibt's ja bestimmt einen Willen, Gruel Okay, jetzt setz Geh schon mal weg hier Zum Hauptmenü Ja, ja Ach man, das ist doch nervig Aua Äh Beitreten Ah, ich bin nicht mehr in deinem Team drin Achso, wenn wir zum Hauptmenü zurück Also trittst du mir dann ja den Automatspieler hier bei Ja, hab ich grad gemacht Zeig das mal automatisch an Ich kann den denn nur noch beitreten Müsste erst wieder Spiele rausgehen Ach, komisch Ach, ja Hab ich immer noch nicht Oh, okay Ja, die spawnen wirklich immer wieder Ey, der Gleich die Level 22 genommen Von mir, der mit der Krone Ich glaub's ja nicht Genau vor mir ist spawned Ich treff nicht Obwohl direkt da Willen, cool Da muss ich wieder zurücklaufen Um Willen, cool zu finden Mensch Ah, fuck Ich bin gleich tot Ich treff nicht Er ist doch direkt vor mir Junge Ach, Mensch Du bist doch da vorne Ja Ja Ich treff die aber von hinten nicht Ich hab keine Waffe dafür Jetzt kann ich auch nicht mehr laufen Jetzt muss ich erst mal wieder stehen Nein Ich bin gleich wieder tot Ich bin gleich wieder tot Ich treff die noch nicht mal aus der Entfernung Ey Jetzt Ach, der Level 22 Ich hab die Mission aber trotzdem immer noch nicht Keine Ahnung, was ich machen muss Warte mal Hab ich jetzt ernsthaft ein anderes Mutantenlager Nein Ich hab ein anderes Wow Ich hab ernsthaft ein anderes Mutantenlager Wie blödsinnig ist das denn Och Mensch Immer diese Verarsche hier Das ist wirklich Das ist schon wieder sinnlos Das ist einfach nur Blödsinn Man kann endlich den Multiplayer spielen Und dann ist es so ein Schwachsinn Alter Schwede Ist das hier in der Nähe wenigstens irgendwie Nee Ich muss einen wilden Ghoul noch Den muss ich hier töten Ich bin ja komplett überladen Ja, ich auch Ich hab jetzt auch noch ein bisschen Noch was aufgesammelt Warten wir mal, wie stark ist das Ah, jetzt den hab ich selber Kann ich weg Scheiße, den Vektor-Ding Das hätte die Alter auch schon wieder zurück Du brauchst da nicht mitkommen TP'st du dich Wieder zu der Alten Weil das war jetzt nicht Dass du dich jetzt nicht noch Mit zu mir TP'st Und dann nach Na doch, kannst du ja Trotzdem gratis dann Ja, komm mal mit zu mir Ich brauch aber erst noch Ein wilden Ghoul Ja, kriegen wir doch wieder Die nächste Die nächste Ach, da oben drinnen Stimmt, da oben drinnen Sind ja welche Also wieder zu dem Top of the world Meinst du Nee, äh Zum Flughafen Zum Flughafen Zum Flugzeugding da Da musst du hin Ja Siehst du auch auf der Karnevo gespielt Naja, ich seh Ja, kann ich ja nicht Weil ich überlastet bin Wie bist du denn da hingekommen Ich dachte, du bist auch belastet Ich hab Schrott verwertet Der Schrott wiegt bei mir nichts mehr Ich hab ja keinen Schrott dabei Ja, hab ich eigentlich auch Ich hab dieses minus 75% Was bringt's mir gar nicht Hey, das geht nur bis 50% Bei Schrott Ja gut, ich hab da noch die Waffen Die Rüstung wiegt weniger Okay Naja, das hab ich ja alles nicht Ich hab nur das mit dem Schrott Siehst du Wenn ich übrigens mal gucke Ich glaub, getragene Rüstung Wiegt bei mir 50% weniger Messi Schrottgegenstände wiegen 75% weniger Weißt du denn da was das war mit den Stärken Ja Jeder Stärkebogen Fügt plus 2 Schadensresistenten Oh nein Wurde zerstört Ja, ich hab dich gebaut Rüstung wiegt 25% weniger Ja, hab ich schon auf 50 Ach, Spiel Du machst das auch immer wieder scheiße Geht schon mal zu top Achso Stimmt ja Ob wir ansonsten frisst Falls so ein oder zwei Kilo zu viel ist Frisst du einfach irgendwas Das ist ein bisschen mehr Alter Junge Boah, ernsthaft Er sieht mich hinterm Er hat den Minigun Roll Der hat einfach den Minigun Der scheiß Typ Sonst Alter Ja Hm Ach nee Maschinengeschütztürme Sind da dran Er schnarcht Herausforderung abgeschlossen Erhalte eine Krankheit Ja, du darfst hier auf dem Boden schlafen Ja Ich hab gedacht Vielleicht krieg ich's diesmal nicht Deine ist wieder weg, oder? Ja, die geht relativ schnell weg Stimmt, ich kann auch Weinsaufen Um mehr tragen zu können Oh, hier ist ne Neue Sahne Milch Sahne Flasche So Hilfsmittel Ep Bonus 5 Oh Gott, ey So Ich hab jetzt ernsthaft Hundefutter in der Dose Hä? Nein, hab ich nicht Ich hab keinen Raketenwerfer bekommen Aber sie sagt das Oh, super Ich hab mich schon Den Wagen um, wenn ich nur daran denke Andererseits hatte ich schon lange keinen Hunger mehr Also, wer weiß, wie verzweifelt ich wäre, wenn es keine Nahrung mehr gäbe So wie bei den Gummis Wir nennen sie sie so, obwohl sie in Höflichkeit nur eins waren Kann ich behalten Ich werde sie niemanden verspreisen lassen Aber geht mir das trotzdem durch Ich habe eine Gruppe um Herzlieferbilder Gule gesehen, die sie zur Strecke bringen sollen Für Zielübungen sind sie immer gut Ich sage nicht, dass das von den Gummis richtig war Aber Jemand wusste beim Verspeisen von Du bist Oh mein Gott Ist das nicht dein Ernst? Was? Ich bin alkoholabhängig Ich hab schon sauviel gesoffen Ich hält's aber mehrmals hintereinander Ach ja gut, das darfst du nicht machen Immer nur eine und bis das weg geht Und jetzt? Ahnung Steht ja hier nisch, der klärt Hä, wo muss ich jetzt hin? Der Effekt steht nur halt Bier, das und das und das Aber halt nicht, wie was ist Aber wie lange es dauert Irgendwas mit Rum dauert zwei Minuten Wodka zwei Minuten Keine Ahnung Hä? Freund an Admiral? Was? Ich hab Freundschaftsanfrage an Admiral gesendet Obwohl ich zu dir wollte Okay Findier mich, muss ich Wow, weißt du, wo ich hin muss? Hm? Guck mal auf der Karte Noch weiter runter, dann Ist das jetzt ein scheiß Ernst Ey, was ist denn mit denen los? Wow, ich muss da auch runter Da muss ich den Ghoul töten Ja, ich auch Was ist denn mit denen los, Menschens Kinder? Können wir da runter fahren 25 Kannst da hin? Ja, links Zu den großen roten Türmen Und dann könnte man da hochlaufen Aber eigentlich Fast vielleicht so weit von mir Ja, ich könnte eigentlich auch einfach runterlaufen Ja, das Problem ist halt Ich kann halt nicht laufen Ach so Oh, es gibt einen richtig Red Rocket High Red Megastop Oho Da baue ich Ja Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Rote Raketen mag Pack jetzt die Waffen weg und Nimm die Klamotten bei mir aus Den Dings raus Du bist da oben jetzt Ernsthaft? Ja, ich bin da gerade hochgegangen Ich muss mein Camp hier aufbauen Oh geil, kann ich sogar hier aufbauen Schnellreise zu einem Camp Weil ich hier drei Zwei schnellreisende Rekord hintereinander Sehr gut Oh Wo bist du? Ach da Wow, was liegt da? Eine Kiste Bei mir ist gerade übelst eine Kiste geflogen Eine Kiste Hier nehme ich jetzt die Klamotten da raus Die ich aufheben wollte Burger Wow Ah, es hat schwer geblitzt wie sonst was Viecher sind despawned Oh nein Oh nein Ist ja nicht dein Ernst Ja, mach du da Mach du da Mach du da Ham du da Ham du da Ach, scheiße Ich brauche eine Dings-Werkstatt Äh, T T, ja T, ja Alter Warum gehen denn die Waffen so verdammt schnell kaputt? Kein Wie fehlt Aluminium Ja, super Alle Klamotten weg Obwohl die alle was wert sind Der Zylinder ist 150 wert Ja, kriegst 30 für Nö Nicht Der Klamotten ist 100 wert Ich kann ihn doch nicht einfach wegschmeißen Hä, was kann man denn mit diesen komischen Aluminium-Erz machen? Muss man auch irgendwie kaputt kriegen können Weil Blechdose ist aber jetzt nicht Aluminium, oder? Nee, Blechdose eigentlich nicht Das ist eher Eisen Kann ich noch gar nicht anziehen Das ist ja bis zu 20 Doch Äh, also ab sofort immer Aluminiumdosen Aluminiumdosen geben nämlich Ne? Kann halt nichts drin lagern, ja Aluminium Gut Das heißt ab sofort Aluminium sammeln Bzw. Blechdosen Ja, ist doof, wir können es nicht mal verkaufen, das Material Ich mein, wenn man ein bisschen was verkauft Von dem man, was weiß ich Beispielsweise 1000 hat Kann man 500 verkaufen Ich hab eine Ey Brauchst so viel Platz für Raketen Das glaubst du gar nicht Ich hab jetzt sieben Plätze auf dem Das reicht nicht Ja, sei froh, dass du den hast Schrott, was hab ich hier dran Bierflaschen Nee Ich hab vorhin alles einmal rausgenommen Und dann wieder reingepackt Wow, was ist das denn? Achso, kann ich ja mal kurz sehen Mal noch alles hier verwerten Dinger, die sind ja gar nicht verwertet Vier Vier Ja Wenn man hinzoomt, hinzuhren Warte mal, ich hab doch ein Fernglas Kann ich das schon nutzen jetzt endlich? Da Kann ich immer noch Doch War ja klar Selbst 19 Platz sind zu wenig Für den Paketenwerfer Der nimmt wirklich die Kilos dann weg Die er braucht Ich brauche ein Kilo mehr Um ihn wegzupacken Ja, ich hab auch 400 von 400 Ja, Larrake ist das auch voll scheiße Ja, wenn dann müssen wir mal wirklich Irgendwie ein großes Haus bauen Und mit was wieder wegkriegen So großes Haus Wir brauchen mehr Kisten halt Und so einen Scheiß Man kann ja nur eine Kiste davon haben Ich wollt grad sagen, ja So, Dings hab ich jetzt Ich hab jetzt beides drin Das Problem ist halt Mein ganzer Schrott Kann ich nicht mal komplett einlagern Bin ich noch überlastet? Ja, ich bin immer noch überlastet Kannst du ein Bett schnell aufbauen? Hast du, hast du glaub ich gebaut, ne? Ja, war da kurz V gedrückt halt, ne? Echt? Ja, dann kannst du auch Wär geil Ine, mene, michte Weiter rede ich lieber nicht Menta It's nine Right away Verturned Ja, ich kann's ja nicht wieder so aufbauen Wie es sein sollte Hat sich das erledigt Mit dem Bett Kannst du aber auch hier bauen, ne? Versuch du mal dein Ding aufzubauen Ich hab kein Bett Ja, und ich kann's nicht aufbauen Ich müsste alles wieder auseinander friemeln Und dort müssen sie platzieren Und das kann ich nicht, weil ich's rumbacken Ich brauch dafür Aluminium Für ein paar Laub Pausenplan Ding Äh, Bett Oh, du bist schon Level 15 Du kannst ja schon die guten Waffen nehmen Jetzt, ne? Die AK und so Oh Ja Hä, wo ist das Bett? Ach, Betten da, direkt Äh, bauen Müssen wir das Injektor ever jetzt zurückgeben oder nicht? Ja, ich denk mal, das kriegen wir dann Denk ich mal Weiß ich aber nicht Sonst müsste ich die Kamera Wenigstens drehbar sein Also, so ist es scheiße Dann Dann Scheiße Jetzt schleicht sie wieder nach vorne Hier ist das Fraulein Kannst du doch nicht machen Töte einen wilden Ghoul Ey, das kann man doch überall machen Achso Naja, gut Wilder Ghoul ist ja noch von Fallout 3 und 4 Ich weiß ja nicht Vielleicht ist ja hier Verstrahlter Ghoul Wirklich was anderes Wie ein Wilder Ghoul Ich bräuchte noch ein Kilo Ich muss noch irgendwas saufen Was was bringt Irgendein Bier oder Scheiß Äh, drück unten mal auf Q Bis da unten steht Äh, sortieren Verdorben Dann friss einfach das Schlechteste Was nicht mehr lange haltbar ist So mach ich das dann auch immer Äh, und wo steht verdorben denn? Q Äh, unten Äh, Pip-Boy Sortieren Blab Gewicht Also GW Wert Das ist dann Stärke plus 1 Und dann nach ganz unten scrollen So, jetzt hab ich Bin ich Ach das Oh, ist das richtig Diesmal So, ich beam mich jetzt Geht nicht anders Ich muss jetzt zu dem Verkäufer Kann jetzt nichts anderes machen Wo ist das Scheiß? Da Oh Gott sei Dank Da steht noch dein Camp Gott sei Schrank Ach, der hat doch kein Geld Oder hat der aber dir noch Bei mir hätte er noch 100 gehabt So Ja, mein Camp steht hier Also können wir uns Wenn man zu einem T-T-P-N-P-S Äh, da bist du So, ich komme auch zu meinem Camp Warte mal kurz da Das ist egal So Jetzt los Man baut sich das jetzt auf Bist du durch den Boden gewagt? Nö Okay Äh Äh Okay Ich bin ganz schön weit woanders Gesp- Was? Na gut, okay So weit ist das jetzt doch nicht Ich sah jetzt gerade ziemlich viel Wildroar aus Spring Und nicht ins Wasser Ich brauche mal ein komplettes Rad Weg gemacht Ich habe genau Null Rad Es ist stets schön Einen Responder Kameraden zu sehen Schnappen Sie sich bei der Gelege Halt Maul Halt aber wie Und das hat er nun mal gesagt Das hat er nun mal gesagt Hä Hä Vorschlaghammer Hol den Vorschlaghammer Ich schlage dir Ins Gesicht hinein Gege die Chirurgie-Maske Mechaniker Ach man, warum kann man nicht zu zweit Ey, das ist doch Unschön Oh, Metallrüstung Linker Arm Ja, die waren alle schlechter Wie meine, ne Ach Ich habe da kaum was Linker Arm Wo ist er, wo ist er Oh Ja Sechs Nummer zwei Besser Ich hole es einfach Ich werde gleich noch was verkaufen Ach ne, kann ich ja gleich das Gab es hier nicht irgendwo eine Reparaturwerkbank So, dann gehe ich mal hoch Hast du da oben eine Reparaturwerkbank bei dir Nein Klamotten Nein, das habe ich auch gerade gesucht Er hat bei mir immer noch null Ach, ist das bescheuert Da, die hatte ich auch gerade gesucht Scheiße Kannst du noch keine aufbauen oder was Du müsstest doch schon genug haben Ach, siehste Muss ich mal ausprobieren Ach, schade Vorsicht Vorsicht Nein, pfui Jetzt kriege ich zehn Rad Er ist bei Schläger Mod Rakete Rote Rakete Alter, hätte ich mal den Bispo-Stecker aufgenommen So, wo ist das denn? Bei Geräten? Nein Bei Herstellung oder so, glaube ich Hier Kann ich nicht herstellen? Labor Boah, ich kann ja fast gar nichts herstellen Ja gut, weil mir überall Aluminium fehlt Nur wegen Aluminium Wenn du Aluminium hast, kann ich das herstellen Ich kann das auch Warte, ich baue es auf Ähm Äh Ist hier nichts mehr untergelagert? Würde mich verarschen Ja, untergelagert kriegst du es nicht Du musst es neu aufbauen Ja, dann könnte ich im Grunde meine Hose Äh, Pause Aber die Kann ich ja nirgendwo aufbauen Ich verstehe das nicht Egal, dann gebe ich dir halt ein bisschen Aluminium Wie viel brauchst du? Äh Rüstungs, äh, fünf Oh, fünf Krass, ja So Angefragt? Ah, jetzt hast du was bei mir angefragt Hä? Geht auch scheinbar Ach, anfrag Achso, hier, guck mal Kann ich hier so anfragen Ist ja cool Kannst nehmen So Ach, ich brauche ja nicht transferen Fauma, O4 Du bist schon wieder häcklich Machst du den Rüstung, gell? Ja Vielleicht will man ein bisschen schrottlos werden Ah, ist halt falsch So Äh Bauen Ja Reparieren Hä? Was denn jetzt? Äh Reparieren Mit Theodor Alter Schwede Ich hab Ich hab Ich hatte einige Rüstungen, die komplett Schrott waren Wo bist du? Der, der So Musst du doch warten Ich kann da nicht ran So Verdorben Was ist denn hier Warum brauchen wir für alles Kleber, Alter? Ja Heile 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 Gänzchen Was 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 Mir an die Wasserflasche He FSK 12 Zeckenblut I I Verdammt Dann Da fehlt mir wieder Kleber Für Achso Wird das auf Level 20 Ich Das kann ich noch nicht So Oh Es ist hell in die Richtung Junge 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 Was machst du da? So, jetzt ist das Ding wieder mit 400 Ja, man hat auch 400 Nein, nein, nein Tja Wieder runter tippen oder nach Hängen gehen los Alter, das sind ganz schön viele Leute Vielleicht haben wir Glück und haben da ein bisschen mehr Ruhe Vielleicht machen da gerade mehrere Genau die Sag jetzt nicht das Wieder zu meinem Camp, ne? Ich bin bald am Camp, ja I'm watching you Ich glaube, ich habe jetzt echt einen Schrott auf Na, Blechdosen wären halt sehr ratsam Wegen Aluminium Ich weiß nicht, wie viel Aluminium du hast Oh, ich habe noch, glaube ich 17 oder knapp 20 Habe ich noch im Dings im Lager Oh, ich habe jetzt gerade vernetzt So, zu deiner Markierung Also da Ach, da bist du Ich laufe zur Schiene und dann Zur Schiene Achso, da bist du Ich dachte schon, du läufst jetzt irgendwo ganz anders lang Hui Die Schiene war doch neben uns Ja, die ist ja weiter links Ja Ja, das ist jetzt hinlaufen Da ist ja gerade zu Obwohl da sind Ja, gerade zu Nicht, ja Töte einen wilden Ghul Das klingt aber ziemlich Schön Over the bridge Explosion Jetzt muss ich dich kommen I'm the Wanderer Sehr geil Da oben sieht es aus, als ob du in so einer Arena oder so So, jetzt habe ich mich wieder erholt von dem Alkohol Dann kommt nämlich immer links so ein Männchen, was so komisch geht Ab jetzt könnte ich wieder Alkohol trinken Bitte hängen, können los Ich habe dir schon richtig viel gesorfen, das kannst du dir vorstellen Du, mhm Schluckaufgeräusch Schluckauf hier einfühlen Oh Alter, was für geile Möbel Da guckt ihr an diese knallroten Möbel Die sehen aus wie Nagelneu da drin Wow Wow Hier muss ich jetzt mal ran Geil Hier ist ein Butt Wow Hier hast du deine 200 Das ist lächerlich Kleidung Ja, da bin ich gerade dran Richtig Krass Kann man sich so hinsetzen Warum ist das hier alles so sauber? So krass sauber, besser gesagt Ticket Gewürze kann man glaube ich auch für nichts verwenden Leuchten das Blut Was? Psycho 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 Buf Radix Traumempf Pass Second Blut Hat man das auch noch dabei, ja? Ja Weinflasche Wodka Flasche Ist das, dass sie sich voll sind oder leer? Äh, weißt du was geil ist? Komm mal hier mit Hier können wir alles von uns holen Oh, wie geil Na gut Was kann ich hier noch kurzartig verkaufen? Eigentlich gar nicht So sehe ich das gerade auch Höchstens ein paar Klamotten Aber Na gut, die ja was wert sind Das hier Aber eigentlich würde ich mir die gerne Gucken wir die auch gleich mal an Wie die ja was sehen Ich kann hier gar nichts verkaufen Wie kacke weiß Da, 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 da Ma'am 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 Wie geil Oh, bisschen, bisschen beleidigend Aber ich will mal nichts sagen Nordstaat, voll mit Rucksack, ey Keine Sorge Keine Sorge Scheiße, ich muss noch irgendwas verkaufen können Ich hab aber eigentlich nix Die Brandachs will ich eigentlich auch nur behalten Wegen der kompletten Feuer Dings Die Brandachs? Ja, eigentlich würde ich Äh 52 Ah, meine hat 56 Kannst was scherbeln Ich hab zwei Du kannst von mir das nächste Mal denn die billige Axt davon haben Ach, nö Oh, hier ist einer Scheiße Ja, Polizei raus Da kommt jetzt auch alles Jetzt, wo ich das erste Mal so Komm mal her Äh, ich bin grad noch hier beim Gucken, was ich vielleicht Da muss man gucken, was ich in der Hand hab Die AK AK, was wie geileres Apropos AK, kann ich die schon nehmen? Ja, könnte ich auch schon nehmen 556er Ja, nehm ich auch mit Was hab ich auch, die Laserpistole Ich hab ja da die andere Ja, hier hab ich das So Gitarre Ach, das Ding Wie sieht das aus, wenn ich da zuschlage Ah, hier, guck mal Kannst du damit spielen? Ist das die AK? Ja Oh, die AK Ich hab sechs Schuss Wow Oh, die Gitarre ist fast kaputt Okay, ich lass die doch mal hier Oh, ich dachte, das kommt wieder Mähm Kann ich das doch fürs linke Bein verkaufen? Das hat zwar elf Schadensresistenz Aber bis Level 20 Finde ich doch bestimmt noch was Besseres, oder? Obwohl Obwohl, ne Das kann ich doch jetzt bestimmt runterkacken Da hab ich da die ganze Kacke verkauft Gott sei Dank Ich kann's reinpacken Boah Wie spät haben wir es? Ja Wollen wir weiter? Nimm ich mir jetzt noch mein Chassis mit Ach, siehste, hier Ich hab doch noch die Munitionskacke dabei Können wir weiter? Mähm Ich muss mir noch ein Chassis mitnehmen Ey, hier gibt's ein Munitionsautomat Ey, ist das hier Ist das doch billig Zwei Po-Pro-Patrone Jetzt hab ich's Und hier bei dem? Er hat keine Munition, okay Munitionsautomat Ey, ich drück gar nichts Warum geht der da direkt rein? Jetzt Geschätzte Wartezeit Fehler, 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 Fehler Gleich sind sie ungültig Geschätzte Wartezeit wird berechnet Nächster verfügbarer Zug Kommt in 9999 Jahren Und 9999 Tagen Vielen Dank Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag So Wollen wir los? Warte Ich will nur mal kurz beim Ticket gucken Wie lange Verbindung zum Ticketautomaten wird Fehler, 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 Fehler Bitte vergessen Sie nicht Das Ticket auch am Stationsschalter kaufen können Das war noch Zeit Wo es ja alles funktioniert hat Wo bist du? In dem kleinen Häuschen Nuka-Cola-Truck Kann man nicht aufheben Kann man nicht aufheben Nagelneu Nagelneu In dem kleinen Häuschen Hä? Wie gesagt, in dem kleinen Häuschen Im Zelt? Ne, doch im Haus Ne, ja Da Wieso geht das nicht? Macht's gut Ich geh nach Hause So, dann Mit 10 Fieros Irgendwas, irgendwas TV Auf die Schiene Ui Das ging jetzt auch mal ganz leicht We got the two up Bissiger Wolf Du bist ein bissiger Wolf Alter, war ein bissiger Wolf Du bist ein bissiger Wolf Wolf, Wolf Hoffentlich geht es mit dem Alkohol-Scheiß Wieder weg, ey Guck mal Drück mal, warte mal Der sieht uns nicht drüber Tab Geh mal auf Stads und Effekte Ich bin überladen Warte, was? Hä? Ja, da steht noch irgendwas mit Bier Plus Charisma 1 Intelligenz minus 1 Und Stärke plus 1 Steht da auch keine Zeit Oh Schick Ich hab, bei mir steht auch die ganze Zeit Überladen auch Also weiß ich nicht Vielleicht ist das doch ein bisschen noch Wozu gibt's denn X? Ich hab dir jetzt schon lange nicht mehr X benutzt X test tuned Chubby Chup Chup Noch drei Stunden, ne? Alter Schwede Ich dachte, es wäre schon langsam 0 Uhr Oh Boah Oh nein Oh Gott sei Dank Oh, Preisbord wollte ich schon immer Der labert auf ihre Geschichte, oder? Echt? Sie sind billig Ja, warte mal, warte mal Impro Revolver Kriegen wir jetzt was? Impro Revolver hab ich bekommen 36 Schauen Danke Äh, du hast was bekommen? Ja Wie sagt ein Impro Revolver? Gosh, du kriegst hier einfach was Der kriegst von mir eine schlechte Bewertung auf Yelp Hm Wahrscheinlich, weil du als erstes angesprochen hast, bestimmt Stand so genau davor, wo hast du kein Ehe gedrückt? Hab ich eigentlich, keine Ahnung Äh Cola vorne sind diese komischen Dinger Diese Häuser Die du meintest Wäre das nicht vielleicht doch sogar viel näher? Halt, müssen wir jetzt hier hochgehen Ne, schienen weiter Direkt die sind Das sieht man doch, wie das so übelst weit ist Wie klein die sind Ja, aber guck doch mal, wie nah die aussehen so Sieht nicht gerade tolle nah aus Was? Das sieht so aus, als ob die direkt hier hinterm Berg sind Ja Du brauchst mal eine neue Grafikkarte, oder? Hm Vielleicht brauchst du langsam mal eine neue Ja, stimmt Das stimmt Und eine Rüstung drin Ah, hier doch nicht Hallo, es reicht Halt, stopp Äh, äh Diese Klohäßchen drin Wo? Ich muss mal kacken Bringen wir eigentlich die ganze Zeit durch den Ding an Weiß nicht, hat sich so angebietet So, wie weit ist es noch? Ah, ja Fünf Meter noch Oh, nein Hast du Ja Ich bin hier oben drauf Hauptsache Die ballern wir auf jeden Fall weg Los, randwerke, die ballern wir weg Ne, ich kriege mehr Schaden Er rennt weg Stimmt, weil er nicht an uns rankommt Wo ist der andere eigentlich? Genau unter uns Nehme ich mal vor Ich habe die Stromflinte Warte ich auch Drei Zwei Eins Jetzt Okay, ist das zu weit weg Uh, ich habe so eine getroffen WTF Das renne ich nie aus der Entfernung Headshot Baby wohl Er rennt weiter weg Na, weiter, weiter Brauche ich den Minigun Oh, mit der Minigun sollst du lieber nicht schießen Weil da hast du keinen Schuss mehr Da kommen sie wieder Ah, jetzt kommen sie wieder Oh, der, der voll Ja, der hat voll, der andere Den hatte ich aber Ne, gerade hatte ich nur ein bisschen Lose Federn Säure Brauche ich nicht Patrone Uh Ah, jetzt habe ich alles genommen Mit einem Klick Okay Die Stromflinte darf ich jetzt nicht mehr nutzen Ne, ist doch egal Wenn sie kaputt geht Ist doch egal Ah, vielleicht ist das auch nur so ein Wahrscheinlichkeitsding Wenn sie kaputt geht Weißt du? Also ich habe jetzt immer alles Komplett kaputt gehen lassen Weil Bis sie es nicht mehr benutzen kann Das Jo Ganz oft jetzt schon Also eigentlich jetzt Nur noch Gar nichts Klar, ein Hypergrill Du bist ein Hypergrill Halt deine Fresse Kannst du bei dir Halt deine Fresse Was sind die hier Mach mal deinen Punkt weg Jetzt sei eh Keine Fresse Ich habe gar keinen Punkt Ach doch, der ist da hinten Tu mir leidest Sumpf Sumpfarsch Ja, du stehst Ah, jetzt rennt der Zombie ernsthaft dahinter Und ich habe ihn natürlich nicht getroffen Achso, das ist schon hier, ne? Ja Ne, wir müssen auch weiter So, ich habe fertig Sag es nicht, das hat nicht gezählt Hat auch nicht gezählt Das war aber ein richtiger Wilder Ghoul Ja, wir müssen halt zu dem Punkt Abgeschlossen Ich habe abgeschlossen Töte einen Wilden Ghoul Sprich mit Rose Äh, optional rüste den Skill Kannibale aus Und iss Fleisch Oh Können wir Gott sei Dank nicht Ja Wir haben die Karte Gott sei Dank nicht Ja Hätte ich jetzt auch nicht gemacht Weil davon kannst du krank werden Habe ich bei Fallout 3 mal gemacht Wenn du den aber immer von den Gegnern fressen kannst Und das hoch geht Dann kannst du, dann heilst du dich auch hoch, ja Deswegen Aber du kannst krank werden dadurch Das würde ich halt nur machen Weil ich die Karte auf höchster Stufe habe Scheiße Zu deinen Camp können wir jetzt nur Ja doch, das geht Ja, zu deinen Camp Da steht ja immer noch Töter ein Wilden Ghoul, ne? Sprich mit Rose Hä? Wollte ich gerade sagen Bei mir steht nur Sprich mit Rose Warte mal bevor du kommst Warte mal Ich gucke mal kurz bei mir Aber eigentlich muss ja jeder seinen eigenen Scheiß Waren da sind wir da Wilden Ghoul Tod Ja, jetzt labert sie mit mir Okay, gut Lächerlich Ich becher mich weg Oh, was hast du da in der Hose? Oh, ein Stift Oh, das hat mal eine Katze in der Fenster Was ist das denn jetzt gerade Oh 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 11, 26, 11, 32 Oh, ich habe was cooles, besseres gefunden Wo bist du? Ich bin übelst weit weg gespawnt Ja gut, hier unten halt Achso, da vorne Ja gut Warte mal auf mir Gut gemacht Da bist du schon Da bist du schon Am Mr. Sie, wenn ich bitten dürfte Danke für den Besuch Mr. Dr. Dr. Sie Ähm Mache ich nächstes Mal auch Ach, endlich bist du da Gummibonbons Habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich Bonbons, Bonbons Aufbereitetes Wasser Polpols Ich habe Polpols gefunden Hier ist Musik Und auch inzwischen Oh, hier kriegt man Rad Oh Hä Jetzt kriegst du ein Rad In der gelben Suppe da Hier, guck Das hat sich schon wieder geknallt Das sind diese komischen Brombeeren oder so Geknallt? Ja, so aufgeplatzt Wie vorhin bei dir Wo du dich gewundert hast Was hinter dir war Okay, weil wir Okay Vielleicht wenn da irgendwelche Viecher dran waren Schreckhafte Viecher Wie so eine Knallfrösche Der ist bestimmt wieder Erspawnt Er ist wieder Erspawnt Alter Fahr, geh, rennen Kann ich nicht Verdammt Oh Gott Oh Gott Alter, den Level 2 Oh Gott Ich hoffe, du stirbst nicht Ich bin hinter dir Ich springe jetzt hier hinter Jetzt können sie mich nicht mehr abschießen Oh Wow Wow Gefahr Vorsicht Gefahr Von hinten Ach du Scheiße Den müssen wir jetzt nochmal killen Den Dicken, ne? Vergiss es Eigentlich ist der voll easy Von oben von dem Turm aus So viel Schaden macht der eigentlich auch gar nicht Wenn man immer nur so kurz anpiekt Ach, da bist du Ich hab schon nicht nach dir Ausschau gehalten Machst du ja eh nie Du läufst ja eh immer nur so Selbst in real life Einfach geradeausguckst Ich komme Ich komme, ich komme Ich sterbe hier Ich sterbe Ja, ich laufe aber schon gerade weiter Ach so Okay Super dann Ach, das ist schon der Fall Stechflügler Nein Headshot Baby Wolf Eine Ameise Eine Radioaktive sogar Hier guck schon wieder Ja Das andere Kraut ist das So schotenmäßig aussieht Ameisenfleisch Was? Du kannst es rausnehmen da drin Ja, also Ich seh das Normalerweise Ich dachte für jeden extra Wow, ernsthaft jetzt? Ja, das erste ist zu rauszunehmen Und das hab ich gesehen Wow Leuchten das Naja, wahrscheinlich Wahrscheinlich wieder Weil das Ach, die hier, wa? Ja Oh, die machen ja Schaden Die Knallerbsen Ey, du musst dir nächstes Mal nicht durchlaufen Ich will die mal aufsammeln Ne, ich hab das so oft gesehen Explodiert das im Dings Im Inventar Vielleicht kann man die schmeißen sein So als Ablenkung Das kann auch sein Seen Oh, guck mal Unterm Boden verpackt Level 18 Äh, ja Und irgendwie häng ich hier In dem Vieh Hat mich vergiftet Ja, mich jetzt auch noch getroffen Stimmt, irgendwie Säure so angesprockt Oh Ja, steht hier noch Oh nein Hat wieder eine neue Mission Hä? Bei mir sagt die gar nichts Warte mal Ah, jetzt Jetzt Hoffentlich können wir die töten Wow Die sagt was ganz anderes Wie als Untertitel steht Foto-Modus Ähm Hinschwert Oh Schwarzer Diamant Hä? Muss ich jetzt nochmal? Was? Kriegst gleich noch was Ach so, du hast vorher was bekommen Foto-Ram Raider Skischwert Okay Oh Ui Ui Ich bin jetzt fast bei 1000 Schwarzes Diamantschwert Ne Schwarz hat jemand nur Es ist geschlossen Und ich komme nicht rein Das zweite Problem Niemand hat den anderen genug vertraut Um irgendjemanden den vollständigen Zugang zum Schatz zu bewehren Also haben sie den Schlüssel aufgeteilt Jeder Anführer hatte ein Polo-Button mit seinem persönlichen Passwort Kennen Sie alle? Dann kann ich sie kombinieren und den Hauptschlüssel ankladigen Eigentlich ist das alles viel komplizierter Aber das müssen Sie nicht verstehen Da sollten wir uns eigentlich erstmal lieber darum kümmern Unser Ding wieder leer zu kriegen Ja Aber die Mission weitermachen Das bedeutet die ganzen Waffen alle loswerden Das ist das schwerste alles Ja, keine Ahnung wie Vor allem Die wird gerade übel zur Seite gespawnt Ja, du sitzt hier drin Oh, Skill-Paket Perk-Card-Pack Das habe ich schon so oft wieder bekommen Und konnte trotzdem nicht öffnen Braver Hund Ja, das habe ich schon Oh Gott, ey Kinder im Rücksitz einer Zeitmaschine Sind wir schon da? Oh Gott, ey Schläge mit Schusswaffen Nein Jeder Stärkepunkt fügt plus zwei Schadensresistenz Zwei Handwaffen Boah Deine Schrotflinten verursachen mehr Schaden 10% Schaden Das ist eigentlich ganz geil Das habe ich auch Ja, nehme ich auch Ich weiß gar nicht mehr, was waren das Hier Schrotflintenschützer Ja Nicht genügend verfügbare Punkte Um auszurüsten einer Ach, Rang erhöhen? Ah Ich kann es nicht nehmen Weil ich Rang erhöht habe, oder was? Toll Kann ich jetzt noch was anderes dafür auswählen? Kannibale Wir haben die Kannibalen-Karte bekommen Hm Reparaturschuss Es besteht eine geringere Chance Dass sich deine Waffe von selbst repariert Wenn du einen Gegner triffst Okay Okay, cool Was? Ja, warte Ah Nie zuhört er mir Es besteht eine geringe Chance Dass sich deine Waffen von selbst reparieren Wenn du einen Gegner triffst Okay Blechdosen Oh Hier sieht er noch Orange Hier, das musst du mitnehmen Das ist auch die einzige Hauptquest von der, ne? Gibt ja ein Stammhaus Hier, orange Und eine Serviette Die musst du mitnehmen Es ist orange Die ist aber so schwer Der Plastikteller ist auch orange Ja, hier ist ganz schön Siehst du, jetzt kann ich gleich nochmal gucken, wie das Holoband hieß, was hier oben war Das hast du ja hoffentlich nicht aufgeholt Aber nee, hast du nicht Rosalind 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 Da ist er Anforderung eines Vorrats Wo kann man das immer wieder selber machen? Weil ich hab davon drei Oh V Na, das sieht man trotzdem nicht mehr Daytripper Ach, hörst du dir das gerade an? Mhm Ja Hey, hörst du aus Ich bin froh davon nachher Ja, komm schon Ich werd deine Ausnahme von uns haben Außerdem wolltest du die alte Hexe doch loswerden Sobald du Ach Du kleines Luder Heute haben so Rekorde ausgemacht Siehst du unten einen Gegner? Nee, ich glaub Doch, da Warte mal, krieg ich den? Nee Hm Doch Boah, da unten läuft gerade ein anderer rum Und hat ihn gekillt Ida frisst ihn Wow, er hat ihn gefressen Er weiß nicht, dass er beobachtet wurde, glaube ich Hinter dir steht ein Ghoul auf einmal Hä? Oh Gott, ey Ich glaub, die haben wir nicht gekriegt Der Typ hat gerade den Ghoul da unten gefressen Netter Typ Und jetzt steht er da rum Oh, scheiße Du hast auf den Typen geschossen Kalli angreifen Belohnung 20 Kalli, es tut mir leid Das ist es mir wert Ich hab letztens mal nur 5 bekommen Das war total assi Aber so kann er dich nicht zurückschießen Jetzt will ich es nicht verlaufen Bin ich jetzt Bin ich jetzt negativ, oder was? Naja, hast du das nicht gerade gesehen, was unten erschienen ist? Doch, aber bin ich jetzt gesucht? Auf der Karte? Normalerweise müsste Ich glaub, erst wenn du den richtig lange auf den Sack gehst Dann irgendwann Und außerdem müsste er auch noch das Feuer erwidern Dafür, dass PvP aktiviert wird Weil ich hab hier ganz schön Schaden gemacht, glaube ich Hm, keine Ahnung Scheiße, ich dachte, das wär cool Weil der stand da so ewig lange Wow, ich darf nichts mehr mitnehmen Ich bin schon bei wieder 174 von 175 Ich bin bei 189 von 195 Ach, super